Ahoi! Tams Offenbach. Ich denke, du hast mich gesehen. Nur weiter, wie ist es geschehen? Wie ist es geschehen? Er zog dein Messer. War das für mich? Mach ja, mach ja. Er ist kurz und stieß. Er schließt jetzt nur so durch die Kehle. Was will versorgen, dass ich dich quäle? Tor des Angst. Ich bin der König von Avilon. Doch kaum das graue Wort verklappt, dem König war's heimlich. Heimlich im Rosenwald. Das hellende Lachen verschundet zum Mann, bis ohne Leichen stehen im Saal. Und sie, und sie, ein weißer Land der Klassen. Er raus! Er raus! Er raus! Beschlag! Wie man Hitzaberg! Hitzaberg! Berend es in der Lühe! Zog, zog, zog! Was?! Sie haben genau 15 Sekunden. Guck mal! Du redest dich! Wirst du in der Luz? Ich habe nur gesagt, du währst an der Luz! Vielen Dank.